Servus Y-Day bei eurem SDAVA und wir spielen MW2 mal wieder. Let's fangen, oh yeah. Und ich grüße mein verrücktes Team. Hm, sie sind wirklich sehr verrückt. Ja, Mahlzeit, ne? So, also die Map kennt ihr auch noch alle. Da hab ich, glaube ich, einmal in MW2 gewonnen. Und deswegen machen wir die jetzt noch mal. Vielleicht klappt's ja, vielleicht klappt's ja noch mal. Diesmal mit ein paar mehr Leuten. Letztes Mal war uns, glaube... Du gekämpft hast wie der Sau. Ja, ja, weil ich gekämpft habe wie eine Sau. Oh, hier will jemand schon sterben. Ähm, ne, letztes Mal waren es, glaube ich, 12 auf der Map. Und diesmal halt ein paar mehr. Ich trau mir da schon einiges zu. Ne? Wenn man rechnen könnte, wären es 5 mehr, du. Dit sorge ich dir. Kennt jemand die Regeln nicht von Let's fangen? Ich. Dann bist du dumm. Oh, nee. Ich erklär's trotzdem mal. So, also ihr müsst mich jetzt catchen oder fangen. Mit dem... Hey, geh weg. Du altes Früchtchen. Mit dem Schild... Mit dem Schild weg... ...bumsen. Hätt ich fast gesagt. Aber ich sag ja nicht bumsen, weil das ist... Kichern wieder alle, weißt du. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein. Mit dem Rücken... Mit dem Rücken... ...zu mir. Und ihr guckt hoffentlich nie bei euch hinlaufen. Wenn ich jetzt jemanden sehe, der hier schummelt. Wenn ich dich sehen könnte. Also ich hab hinten Augen. Ist das schlimm? Genau. Und da kann es jetzt losgehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr anfangen mit und so. Ja, gleich mal lieber ab. Ich wohne nicht damit, dass ich... Da hinten ist da auf dem Flugzeug. Haha. Ist es nie fies? Ist es nie fies? Leid zum Anfang an. Voll fies. Da warst du das letzte Mal schon. Ja. Guck mal, darf jemand erholen? Na. Wow. Nein, meine Nate. Er schmeißt dir ne Granate. Seid ihr verrückt? Nein, der Nate hat ihn fast gekillt. Ihr dürft doch nicht mit Kalab. Schickissen seid aber wahnsinnig. Was ist dir dann reingetan? Ihr killt euch noch gegenseitig. Wo ist er denn? Der ist oben am Flugzeug. Ah, der Nate! Boah. Boah, wie kleben er denn? Lalalalalala. Lalalalalala. Ah, komm her. Davy. Komm her. Davy. Hilfe bei mir. Ich weiß gar nicht mehr. Ey. Habt ihr das gesehen? Das Messer steckt im Fuß. Das Messer steckt im Fuß. Und er lebt noch. In der Hacke. Chicken Mute mit den Eint, der hier Rückkablung hat. Ey, das gibts doch nicht. Komm her. Wer bist denn du? Ey, das ist der Awesome. Alle Farber hinterher. Alle Farber. Der läuft ganz vorne. Alle auf ihn. Nee. Auf geht. Nur die Halt. Richtig. Unter anderem. Halt auf. Halt auf. Halt auf. Alle Richtung Farber. Nein. Eieieiei. Auf was hab ich mich hier wieder eingelassen, ey? Auf blau. Ich sterb direkt als erstes. Das war ich schon da. Ich mach den gleichen Trick wie der Steve Pitty immer. Also. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich werde gestupst. Ich werde gestupst. Wildes Stupsing. Auf me. War das? War das? Das ist ja nicht. Boah. Ich hab Angst. Auf wie viel ist das Leben eingestellt? Ja, auf ganz niedrig. Auf extrem niedrig ist das Leben eingestellt. Ich hab den erwischt. Nudel aus. Geradeaus. Wo ist der? Wo ist er? Ah, wo ist er hin? Ich bin's nicht. Jawohl. Oh, scheiße. Ich hab ihn. Komm bitte aus. Wildes Gemusel, Auto. Wildes Gemusel. Da hinten läuft er. Läuft wieder den Bug. Er läuft wieder. Links raus. Links raus. Links raus. Ne, ne. Guckt mal rechts. Ich glaube rechts ist er. Hinter dem Mittelstück vom Flugzeug. Hinterm linken Mittelstück oder vom rechten? Lol, bei mir kann ich jetzt abschmehlen. Lalalala. Lalalala. Au, au, au. Was? Rauchgranate. Rauchgranate. Oh man, seid ihr gemehn. Seid ihr gemehn? Nudelol. Kommst du her. Kommst du. Bein Fuß. Ach, da oben. Oh oh. Ne, da hat doch an. Au. Nein. Nein. Warum hab ich kein Commander drinne? Warum hab ich kein Commander drinne? Oh, Ghostsoul, du alter Noob. Also das gibt Rache. Zweite Runde. Definitiv. Die zweite Runde. Also jetzt ist gleich Enrage, sag ich euch. Uh, jetzt sind wir hier ganz famos in der zweiten Runde. Und ich hab meine Taktik komplett umgestellt. Von 0 auf 100 bin ich schätze. Am Stissel, das sag ich euch. Also jetzt werde ich nicht so verschont. Deswegen geht's auch direkt gleich weiter. Aber jetzt noch nicht. Und zwar geht's nämlich jetzt weiter. Dam, da, 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 da. Ja, also ich bin ja grad ziemlich runtergefallen vom Flugzeug. Das hat den Hintergrund, da ich kein, ähm, Kommando Pro drinne hatte. Ist relativ nicht zum Vorteil meiner gewesen. Deswegen probieren wir das gleich nochmal aus. Uw, kommt noch mal an, komm mal an. Uw, au, uw, 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 uw. Ouc. Auc. Ne, das läuft auch nicht ganz so, wie ich's mir vorgestellt hab. Neid! Oah? Ja wohl! AAH! Ja. Ja. Erster Hitmark, zweiter Hitmark. Äh! Erster Hitmark, noch mehr Hitmark, Das bist du, sprichst du alles hier. Komm. Ja, so läuft nämlich der Hase Nein Nein Ja doch so könnte es gehen So könnte es gehen Pistare... Drang ihr die Tür Oua Also es war schon gut gedacht von euch schon, mit dem Bunker und so aber Ich bin bei einer Juggernaut-Panzerung. Hab das natürlich. Äh. Tja. Er sprecht euch bestimmt mit hier im T-Speak ab. Kann das sein? Hm. Ja. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Geht weg. Ich bin das doch nicht. Geht weg. Ich bin das nicht. Alter. Ihr müsst euch eiskalt reinpacken. Das kommt gut. Also irgendwie überleben tue ich zwar ansatzweise. Aber töten ist so eine Sache, ne? Das glaube ich mal nie, dass das was wird. Also wir werden uns bestimmt noch in 30 Minuten sprechen, wo wir hier mit der Ausdauer, von der Ausdauer her gar nicht mehr können. Oho. Jawohl. Ich würde ja jetzt hier liebend gerne mal, mein Vater hat gerade geschrien. Ich würde jetzt mal liebend gerne, würde ich jetzt mal in Predator-Rakete raushauen. Grad so vergessen. Dünnü. Ist er das? Ist er das? Ist er, oder? Ja. Nein. Das ist er. Das ist er. Oh, das war knapp. Nee, das ist Ghost. Oh, das war knapp. Oh, mir. Ist er. Ich mache jetzt was ganz Verrücktes. Oh Gott, oh Gott. Wieder runterfallen, oder? Ja, wieder runterfallen. Nee, nee. Ich habe das Kommando eingepackt. Also mir könnte er nichts. Komm, hier Steve. Schön, mach ich mal ein Gleichgewicht. Ja, nee, ist klar. Ja, Einzelseite nämlich alle schwach hier. Alle schwach. Alle miteinander schwach. Komm her, Steve. Wo ist er? Nein, was? Was? Oh, nee. Oh, nee. Ich habe die wohl ganz anders drauf gesetzt. Das darf der Wani Sparschwein. Scheint wahrscheinlich nicht. Ey, die Leute denken jetzt, ich bin bekloppt, aber ich gewinne das Spiel vielleicht noch, Leute. Ich gewinne es vielleicht noch. Ja, es sind nur noch vier. Also meine Taktik geht auf. Böse, Böse. Ihr habt das ja genau gesehen, ihr Leute da draußen, oder? Wie ich die dort nie hingetüttelt habe. Wo ganz anders. Ich habe ja erst 1400 Spielstunden, hast recht. Aufschauen, da unten. Ja, Leute, also nochmal kurz als kleine Info, währenddessen meine Harrier noch oben an der Luft ist, in der Luft und noch ein paar Kills macht. Ich habe jetzt einen Teamspeak und der kann genutzt werden von Menschen, die ja, hier mich, mir gerade hören. Mir zu hören, ja. Leute, die mir hier hören. Ihr habt richtig gehört. Das TS ist unten verlinkt, oder könnt ihr auch reingehen, weil ihr wollt. Und auch bei Events ist das Ding am Stissel. Genau. Das war's von mir. Ich bin natürlich wieder skillig raus. Ich habe es mir wieder nie geschafft. Ja, geschafft, mich zu killen. Das habe ich ja. Nein, der fährt Kommando auch nix. Ach, verdammt. Ja, dann haut rein und wir sagen wieder mal Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.